Ja, es gibt zwei Forschungsfelder, Entwicklungsbiologie und Krebsforschung. Um diese beide zu verstehen, muss man Zellteilung verstehen. Ich arbeite an einer besonderen Form von Zellteilung. Die erste Zellteilung eines Organismus. Wie kann eine Zelle sich so schnell organisieren? Wir schauen nach der Studie. Wir lernen von unseren Mentoren. Und wir passen es auf den nächsten Generationen. Die meisten beeindruckt ist, meine Karriere zu arbeiten mit anderen Menschen. Ich liebe die soziale Aspekte der Entwicklung. Ich liebe die soziale Aspekte im Vzl. Die Vzl. Die Vzl.